ich habe mich bei der spot suche wirklich veraus gehabt und ein paar schöne plätze gefunden ich habe auf dem echo sogar einen großen fisch gesehen der ging schön am grund ich hoffe den kriege ich an die angel perfekt ja die liegt super also ich habe meine routen sehr gut verteilt sozusagen ein paar am rande des harten bodens dann einfach in das weichere sediment hinein auf festen sandboden und an einer kante die dann richtig in schlamm übergeht also ja es sieht wirklich gut aus ich brauche dringend noch ein bisschen was zu essen und zu trinken ich nehme mir vor richtig gut zu essen und wasser zu trinken aber ich komme einfach nie dazu ich werde mir also erstmal davon etwas gönnen und mich einfach zurücklehnen die sonne taucht jetzt buchstäblich hinter dem horizont unter und ja ich werde alles in mich aufsaugen und ja drückt mir auf jeden fall eure daumen denn ich hoffe dass ich morgen früh aufwachen werde und vielleicht einen meiner träume verwirklicht habe mit einem schönen spanischen karpfen frühstück was ist das auch schicken teriyaki ich glaube das will ich haben man auch mit einem jay frae sie meine güte das hatte ich schon so lange nicht mehr obwohl alles perfekt für einen ersten bis vorbereitet war und die atmosphäre an diesem abend einfach elektrisierend war leider hatte die gardia civil andere vorstellungen ich sehe du sortierst ja gerade ein paar ricks aus g eigentlich nicht zum lachen oder nein 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 das ist es nicht also ja die erste nacht in spanien ist bisher nicht ganz nach plan verlaufen ein wunderschöner sonnenuntergang absolut perfekt ja magisch super abendessen auf das erste licht des bis anzeigers gewartet und ja die gardia civil kam plötzlich eine stunde nach einbruch der dunkelheit ziemlich überraschend oder ja also ich meine also ich wusste nicht wirklich wie der stand der dinge hier ist aber es hat sich herausgestellt dass wir hier nachts nicht angeln dürfen ja und ich habe vergessen die nangelkarte zu kaufen das war doch meine aufgabe von heute morgen oder ja ja das war dein fehler aber ihr wisst doch wie es ist wir waren einfach total aufgeregt es war einer dieser jobs die wir später machen wollten wir waren zu sehr mit anderen dingen beschäftigt nicht wahr ja werden natürlich die besten absichten das in ordnung zu bringen ja ja wir bringen das schon in ordnung also ja lange rede kurzer sinn im grunde haben wir die strafe knapp vermieden ich weiß nicht wirklich was uns blühen würde hohe geldstrafe und täckel beschlagnahmung ja zum glück hat meine zarte stimme das ganze knapp vermieden weil ich so getan habe als wäre ich claire ja und ich habe einfach alle ruten reingekurbelt und mit einer kleinen standpauke bin ich davon gekommen ja bei deinem namen haben sie schon ein bisschen komisch geguckt oder ich glaube nicht dass sie wirklich geglaubt haben dass ich klar heiße klar klar ich habe versucht einen etwas männlicheren namen zu wählen als claire es ist auch das zweite mal dass ich claire oder abby sein muss nicht wahr ja das war auf dem zweiten trip von uns oder du bringst mich immer in schwierigkeiten ich bin so ein schlechter einfluss man ja also wir mussten auf jeden fall alle ruten einkurbeln ich glaube wir haben sie im grunde über ca 80 meter felsen gezogen das fanden die haken nicht so gut oder nee kumpel auf keinen fall drei meiner schönen montagen sind zum nichtige macht ich muss neue ricks binden und jetzt den rest des mistes hier aussortieren und dann stellen wir die wecker auf morgen früh ja ja den wecker auf sehr früh morgens stellen kurz vor morgen grauen hoffentlich fangen wir dann einen am frühen morgen das wäre eine kleine wiedergutmachung oder ja ja es war auf jeden fall ehrlich gesagt eine ziemlich lustige nacht wenn noch ein bisschen unruhig